Hallo Leute, heute ist ja gewürztes, zartes Fischfilet gefragt und dazu brauchen wir den passenden Fisch. Sie hat hier einen Steinbarsch geangelt, der geht natürlich, ihr könnt auch Forellenbarsch nehmen oder Rotflossenhecht. Die gehen auch, es gibt noch andere Fische, aber diese drei kann ich euch mal empfehlen und die sind auch recht leicht zu fangen. Steinbarsch hier zum Beispiel, sie hat hier Brotköder, obwohl Käseköder empfohlen wurde. Aber Brotköder geht bei Steinbarsch genauso. Sie braucht da nicht unbedingt Käse zu nehmen, der beißt fast auf alles. Der Steinbarsch, man muss nur darauf achten, dass man das B richtig betont. Und zum Kochen braucht ihr dann noch Oregano, Ackerminze oder Thymian und hier schon eine erste Location für den Steinbarsch. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao.